hallo würden sie mit dem piloten helfen der wurde eingegraben von autos würden sie bitte weiterfahren sie stehen auf den piloten hallo hallo würden sie bitte weiter fahren nicht die tür hallo was sie bitte da mache ich das halt alter das ist so wie nicht so geil hallo meine lieben freunde herzlich willkommen zu einer weiteren folge lspd mit mir den razergames und euch dem zuschauer so wie immer ne ja wie ich habe jetzt wieder mal ein paar mods installiert hauptsächlich aber grafik mods unter anderem dass die texturen sind jetzt ein wenig schärfer und ich habe man das wieder fix installiert jemand hier deaktivieren wieder aktivieren kann so zapp 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 wir lassen sie aktiviert weil es gibt einen realistischeren look also ich habe halt meist also eigentlich nur textur mods installiert also die bäume sehen es hochauflösender aus um allgemein nötig ist das alles ein bisschen schärfer aus und ja so spielen wir zwar ein bisschen ich habe es auch wieder eine schadensmod drin mal gucken ob das spiel abstürzt oder nicht das wird mal gucken wenn es abstürzt dann mach ich halt für die nächste folge wieder ohne schadensmod äh ne müssen wir mal gucken so aircraft crash nehmt mal an und fahren hin sparen code 99 alles klar so mal gucken ob jemand das ne so ganz easy fahren wir da jetzt hin halbwegs so gott hallo fahren sie bitte alter wieso stehen da nicht immer auf den kreuzungen aircraft crash hatte ich ganz kurz mal ich es angespielt habe aber so habe es aber nicht gelöst weil weiß ich nicht so da ist es heute hat mich aber ich erschrecke mich immer alter so das ist mit ihr leaving call fire service call fire service habe ich hier das mini hallo alter was machen sie da auch in feuerwehr ist da noch jemand drin oh ja da ist doch tatsächlich jemand drin oh gott alter müssen sie immer da rein fahren und wir haben sogar ein feuerlöscher moment will das schnee mal ein bisschen so oh gott was machen sie da nicht das flugzeug kaputt alter ah was macht sie da oh mein gott alter wir brauchen ambulanz hallo würden sie mit dem piloten helfen der wurde eingegraben von autos würden sie würden sie bitte weiterfahren sie stehen auf den piloten hallo hallo würden sie bitte weiterfahren ah nicht die tür hallo ah sie bitte oh dann mache ich das halt alter das ist irgendwie nicht so geil naja ok dann liefen wir aber mal ich glaube das ist wieder ein gescheiterter rettungsversuch eines flugzeuges so hier sind so karre immerhin ist uns keiner reingefahren so wir fahren im feuerwehrmagen mal hinterher ach guck mal die der medic kümmert sich hier rum aber nicht um seinen kollegen weißt du das ist das ist richtig typisch ne so hostage situation ne geilese name nehmen wir natürlich an da unten ein zudem hier so respond kultur das heißt sie kommen so an lol ich hab beschossen ich hab beschossen oder dem sind drehen moment 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 oh gott oh gott oh gott nehmen sie die waffe runter nehmen sie die waffe oh gott ok jetzt jetzt ist es ist es die waffe ok ok naja gott vor haben wir jetzt nicht unbedingt wird nämlich sein brauchen krankenwagen jetzt könnt ihr mal bitte auch für die geräusche zu machen warum er ja dieser riener nach dahinten brauchen krankenwagen oder zumindest kommen im koron gerichtsmediziner wird geschossen hallo wurde geschossen wurde geschossen hm merke hat sich halt schon aufgelöst ok ok das macht er da der kollege hier so ja machen kümmern sie sich mal darum ich fahr mal so lang weiter unsere karte aber gut was abbekommen ja wir machen wir eben hier reparieren mal schnell so ok ok wir haben es ist die motto macht auch ein paar mehr fahrradfahrer hier auf den straßen leider auch auf den autobahnen ist ein bisschen dämlich aber naja ja so grand theft auto nehmen wir natürlich an und hängen uns dran so da vorne wir brauchen unterstützung auf jeden fall air support und local patrol so 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 da hinten ist es und ja da da wir müssen bis es ist er davon kriegt man sonst die mensch mehr hier eine gefangen wo Gott wo Gott wo Gott wo Gott wo Gott er m alles funktioniert noch alles okay es tut mir ein bisschen leid also wie weit ich erfährt der alter da hinten ist er doch schon warte mal hier kriegt man jetzt kommen den krieg mal da ist er alter bleiben sie stehen bleiben sie stehen steigen sie aus zeigen sie aus genau alle sie sie sich nur verhaften lassen so ohne christian transport und die andere kommt auch mal mit wo auch immer dies beschossen wird keine ahnung dass die konnte frau sind im grund alles laut so los muss die andere ach war das die andere hier ok dann ist es natürlich logisch hat sie mal hoch kann ich nicht als wenn sie bitte auch nehmen sie die frau doch bitte mit sei das mega laut wie meine kollegen hier oben an das schießen hallo alter ja schießt ruhig weiter alles ok wenn sie mit aus dem weg gehen dass jeder transporter durchkommt hallo moment da kommen alter es gibt es doch nicht jetzt sind sie ruhig und sie so jetzt kommt er nämlich durch endlich jetzt sind sie ruhig man ok damit ist der fall wo endlich mal gelöst unsere karaten müssen was abbekommen hier der schlag vorne auch also aber wir können jetzt reparieren das jetzt in ordnung So. Schön hier, ne? Der Darken Loss an Doss. Wir können ja eigentlich mal zum Pier fahren und gucken, was da abgeht. Jetzt müssen wir aber hier hoch. So. Irgendwie so halt, ne? Oh Gott. Jawohl mal. So. Irgendwann hat es zwar eine Schramme gegeben, aber das ist hier, ne? Oh, okay. Sowieso. Scheiße. Unser Licht. Oh, guck mal, ein Fahrradfahrer. Den halten wir mal an hier. Oh, so wollte ich ihn eigentlich gar nicht anhalten. Hallo, würden Sie bitte aus dem Fahrrad aussteigen? Was ist hier? Stopp, was du the hell machst. Was ist hier? Wollt ihr dich mit mir anlegen? Ne, wir lassen ihn mal weiter fahren. Possible intoxicated... Also, auf jeden Fall nehmen wir es an. Hier so. Sirene. Wollen Sie bitte Platz, danke. So, da unten irgendwo. Okay, Moment. Da fahren wir gerade aus. Hier fahren wir jetzt nicht rein. Wir fahren hier rein. Am Strand ist das. So. Wo ist es denn da hinten? Fahren wir mal vorsichtig hier lang. Oh. Oh. Oh mein Gott. Eine tote Person. Was macht die da? Wieso zittert die? Hallo. Ich glaube, wir brauchen Gerichtsmediziner. Oh. Oh. Äh, hier. So, Gerichtsmediziner, wo ist er? Guck mal, wer macht ne Musik, ist mir nicht gut. Man sollte keine Musik machen, wenn jemand tot ist, ja? Das, äh... Na ja, egal. Guck mal, hier ist es Werbung, habe ich noch nie bemerkt. Aber gut. So, wo ist denn der Gerichtsmediziner jetzt? Ich habe den ganzen Tag Zeit. dahinten kann es macht allein in der wir fahren sogar weiter so wir kommen jetzt hier weg da so doch dabei wir müssen wir raus haben mit einsatz tschuldigung hallo so wo ist er da oben was ist das escape super einsatz abbrechen toll hallo was haben sie da gerade ich habe das genau gesehen den schnappen wir uns weil er biegt da ein und schreibt sogar ein paar leute hier so pass auf so ok 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 wir haben ja verfolgungsjagd ich denke mal er sich seiner schuld bewusst aber den kriegen wir schon noch so wenn sie bitte auf den straßen fahren ist eine menge leute unterwegs waren so kommen wir haben dich streichen sie aus jetzt zeigen sie aussteigen sie aussteigen so kommen wir haben ihn dann keine chance ich würde sagen es war easy der einsatz hier er hat ja auch ein anderes fahrzeug gerammt hier sieht man sogar hier sind ganz klare schrammen zu sehen so was waren jetzt meiner ich glaube der hier war meiner er muss ja aber der anderen da sind da drin so wir dürfen ja die am kraft der frauen gefahren aber naja so gott nein den nein ja 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 komm mach mal da hinten er sofort und war sie bitte rechts dran wir fahren mal ein bisschen querfeld ein so kommen haben wir hier auf dem radweg so ist gleich empfandungs kreis kommen wir jetzt hier rüber scheiße hier irgendwie über den grad über den gras jüngel über das gras so ja machen sie platz bitte hallo hallo so hallo der fahrradfahrer da hinten haben sie ihn schon oder was oder warum geht es nicht voran ist das ernsthaft der da ey da flüchtet da flüchtet da flüchtet da flüchtet hände nach oben und der hier auch oder was fahren sie bitte weiter so jetzt gehen sie bitte weg ich musste nämlich hier verhaften können noch wir haben einen clown und ich glaube erst mal ein toad truck hier äh da für den kris caddy alter hier ist volles chaos können sie mal bitte ein bisschen weiter fahren hallo können sie bitte aufwenden ach nö jetzt geht es schon wieder los komm so darauf habe ich jetzt keinen bock dass es immer los geht das war mal ein gerichtsmediziner so alter ich muss die karre umparken das geht sonst nicht so fragten wir mal einen straßenrand so jetzt gehst du mich immer voran so hier ist die rechtsmedizin jetzt brauchen wir aber noch einen äh hier so so wo ist unsere karre hier glaube ich oder ja denkt man schon ist ja egal irgendeine halt loot conduct alles klar nehmen wir an aber wir davor reparieren wir eben unsere kacke so so da fahren wir links hallo ja fuck off just leave me alone finde ich nicht gut so kommen sie jetzt bitte mit was passt so einfach nimm mal solche leute fest so komm so prisoner transport ist auch schon das heißt wir könnten hier weiterfahren aber ich fahr hier durch ist ok officer needs transport ne komm haben wir auch noch einen abschluss happy vehicle fliehen das ist doch nett so hier pass auf Prozent so so vorne ist das im Moment der Momente der Sport unloblich er ist da unten wie kommen da oh Gott alles sind wenn sie hier da unten ist der Moment war sie mal hier so wartet zack oder sogar Monster Jam Monster Stand Monster Monster ja auch Monster das egal so äh vor ganz lange äh bam so müssen wir durch wir dürfen das da vorne ein Pepsi Transporter fährt am Markt das habe ich auch noch nie gesehen so Moment wie machen wir das jetzt drehen ist ja schwierig ich würde sagen neben Elektroschocker scheiße aber ich will denn jetzt fahren auf die Straße ein ich glaube der möchte erstmal gar nicht einbeben der ist nämlich gleich geschnappt so komm den Reifen haben wir aber ich glaube wir haben den gefangenen äh den typ man sich steigen sie aus steigen sie aus nein nicht einsteigen ok die haben ihn schon nein 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 fahren sie so komm nein Herr Officer gehen sie bitte weg jetzt liegt die da unten jetzt kann ich die nicht festnehmen toll so das ist ein bisschen buggy wenn die auf dem Boden liegt kann ich die nicht mehr festnehmen deswegen muss ich die mal erschließen das ist ein bisschen blöd mit